Hi, hi Leute! Ja, was ist das hier? Ein Infovideo gab's von mir bis jetzt, glaub ich, nur einmal, aber durch den bevorstehenden, was soll ich sagen, Event, wird es sein, dass ich jetzt ein weiteres Infovideo mache und vielleicht auch eines der letzten, weiß ich nicht. Also, dieser Kanal hier wird ab heute Abend nicht mehr der Play heißen, sondern Flappen Gamer TV. Warum dieser Name? Also, ich werde mich zusammen mit Sven und Markus, die wir hier aus, ähm, angespielt und Generals in Heroes kennt, zusammenschließen und somit meine, unsere, äh, Produktpalette erweitern. Also, das heißt, es wird weiter hier natürlich Planet Sides, Star Citizen, Angespiel, Generals in Heroes, Dead Space geben. Hinzu kommen noch, wow, Total War, PVZ, also Pflanzen vs. Zombies, ähm, was wird noch hinzukommen? Das hab ich mal wieder vergessen. Ja, es wird auf jeden Fall viele, viele neue Videos geben. Es wird vielleicht auch sogar eine Minecraft Season geben, wo wir zu dritt spielen und viele, viele neue Sachen werden es geben. Es wird einen neuen Kanalbanner geben, es wird ein neues Intro geben, ein neues Outro geben und, ja, es wird auf jeden Fall sehr lustig. Und wieso wir diesen, diesen Schritt wagen, ist einfach der, da wir eh schon ziemlich viele Videos zusammen machen und das, ähm, ja, weil wir viele Videos zusammen machen, haben wir uns entschlossen, das jetzt einfach zusammenzulegen, damit wir auch ein größeres Publikum erreichen und somit einfach bekanter werden. Ich finde es, oder wir finden es einfach eine coole Sache und wollen euch damit einen hochwertigeren Kanal bieten, wo ihr euch Tipps zu spielen holen könnt, Informationen über Updates und, 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 und. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es wird euch gefallen. Wir haben schon noch richtig viele Sachen, äh, geplant und auch schon reingestellt, was ab 0 Uhr, also am 9.01. um 0.01. Und, werdet ihr das erste Video sehen, was wir zusammen gemacht haben, ähm, ja, ich hoffe, es wird, es wird für euch genauso lustig, wie für uns. Und bis dahin, es sind jetzt noch knappe 6 Stunden 30, wo ihr warten müsst, und dann gibt es ganz viel neuen Content. Und bis dahin, ciao.